Also ich passe mir auch nicht so weit an, also ich würde diese ganzen Gender-Zeug in der Konversation, ich fange jetzt nicht an mit, ich werde die Sachen so sagen, wie ich die immer gesagt habe und die Leute sagen mir auch alle, wir machen jetzt mal eine Umfrage. Wenn ihr die Wahl hättet, wollt ihr so, dass ich so mache wie Silbereisen oder wollt ihr, dass ich so bin wie Dieter Bohlen? Wer ist dafür, dass ich so auf Silbereisen mache? Und wer ist darauf, dass ich auf Dieter Bohlen mache?